Spielen sie hier ohne große Probleme. Chaka! Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Und er schießt! Sehr gut gemacht vom Torhüter. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Der Ball ist drin! Super Timing per Kopf! Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Er ist mit dem Kopf zur Stelle und kann die Ecke verwerten. Sehr gute Aktion.